not try to love dank memes compilation also wenn wir jetzt nicht dadurch lachen werde ich das wieder disliken ok community abyss und ablass und alles dazwischen und darüber und darunter und egal was womit verkehrt spielt auch mit ok und es hat einmal gelacht ok die sind wirklich gut zum Glück habe ich es nicht gecheckt ach ich musste fast auf meinen Zeh steigen ich habe es in der kleinen Mowen cup und dann geht es wassupf ich habe es wassupf es ist okay es ist okay Ja, ich habe einen... Was ist das? Das ist verrückt, Bro. Ja, du willst mir sehen, Bro? Ja! Ja! Bickel, Bickel! Das ist mein Hals! Das ist mein Hals, ich bin! Oh, sehr Hals, wow! Oh, wow! Oh! Okay, f***, Mann! Wieso sind die so gut? Ich fick mein Leben, Alter. Ah, der ist gefallen von Alkoholkonsum. Der Arme, Digga. Oh, yes. Oh, okay. Ich habe auch nicht gecheckt, aber da war nicht viel. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? What the f**k? Oh mein Gott! Wenn er das bei meiner Grillparty getan hätte hätte ich in Safecall abgestochen. Safecall. Und dann gegrillt und dann Chinesen eingeladen. Jungs, kommt das? Nein! Ich hab doch Spaß gemacht! Wir haben doch Spaß gemacht, Digga. Sorry. Sorry Chinesen, ich küss eure Herzen. Das ist süß! Oh nein, er war drei Stunden lang auf Roadtrip mit dem Dach auf. Ich will jetzt seine Glatze sehen. Oh nein! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Holy s**t! Oh, das tut mir leid. Oh Mann! 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 Was ist dein Name, Baby? Kimber. Are you single? Ja. Oh! Wenn du bist? Ein paar Tage wieder. Oh Mann! Oh Mann! Knock Knock! Wer ist da? Nicht dein Freund! Hey Freund! Hahaha! Hahaha! Das war's. Die war arm. Die dachte, ja vielleicht meinte das süß und will mit mir vielleicht ausgehen oder so. Aber... Fuck! Das war's. Oh Mann! Was ist das Hund? 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 Warte! Der will raus aus dem Ghetto. Ja. Okay. Oh nein! Nicht Volodya! Volodya, du, 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 du es nicht! Nidila, Warte! Die wusste nicht, dass man die Toast so reinlegt, deshalb die dachte man muss so voll arm, ja. Nidila! 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 Oh! Fuck! Digga, sie hat hier ein Nest gemacht! I'll see you around wet! Er schreibt, was ist los? Ah! Ah! Oh! Oh! Ah! 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 Er muss ID zeigen ob er alt genug ist! Ah! Ah! Oh! Das ist, das ist, das ist ein schöner ID! Ah! 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 Das war ja mein Pass Ballett, diese Musik war so laut, Alter Oh nein Ich hoffe, sie fällt um Das wäre auf jeden Fall lustig Okay, wird er furzen Okay, irgendeiner wird furzen Oh, oh gut Das war der süße Cringe Steven, du alte Alkoholiker Das ist krass Boah, ich will ein Papagei jetzt Bitte, bitte Ich will ihn Johnny Johnson nennen Oh nein Ich will einen Papagei Ich will den teuersten Papagei Ich mache ein Video, ich kaufe den teuersten Papagei, damit Leute schreiben, dass ich ein Tierquäler bin Und wer passt auf dieses Tier auf, was du quälst? Meine Katze Hm Das ist aber so eine Das bist auch du beim helfen Als ob Doch, eins zu eins Genau so hilfst du mir Ist das ein Igel, Digga? Bikum, 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 es ist eine Ratte? Holy Shit Weißt du, ich hatte Ansage gemacht Die Ratte wollte nicht picken, Alter Gib mir ihn hin, ich muss Babyfone gucken Nein Ich muss Babyfone gucken Das ist so Karma, weil du gesagt hast, hör auf zu ripsen, hat er in seine Hose geschissen. Er hat so auf die Wand, das war echt schrecklich. Das ist der Kastel, komm zum Kastel. Wer möchte zuerst gehen? Okay, was ist das? Oh f***, das ist Virus. Oh man, die ist echt hübsch. Also Leute finden solche Katzen extrem hässlich, aber ich finde das ist eine sehr coole Katze, sag ich euch ehrlich. Das ist 100% ein Shebab. Hast du noch andere Gedanken? Ja, ich will halt zuerst wissen. Hä? Was meinst du? Kia Malifa meinst du? Oh no, ich hasse diese kleinen Hunde. Holy shit, die schauen so böse aus, Digga. Dieser Hund sieht aus wie dieses Mädchen, Alter bitte guck, eins, zwei, eins. Oh f***. Ich schwöre dieses Bellen von einem Chihuahua ist 1000 mal grusiger als von Rottweiler. Aber ein Rottweiler f*** dein Leben, Digga. Wenn er will. Ein Chihuahua nix. Schau, schau jetzt das letzte. Schau jetzt, schau jetzt. Es war tatsächlich ein krasses Video. Ich liked dieses Video. Hätte ich nie gedacht, dass es ein guter Zusammenschnitt wird, aber man kann sich zum Glück auch irren und etwas ist dann doch noch gut. Es war auf jeden Fall gut, Digga.